Wollen wir mal einen, Bruder? Komm, 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 komm! Jo, Jungs, was sollen wir heute gucken? Lass uns mal etwas auf Disney Plus gucken. Nein, man, RTL Plus Premium ist viel besser. Ey, Bruder, was machst du da an? Was für Magenta TV Entertainment? Ey, Jungs, wie ihr kennt Magenta TV Entertainment nicht? Da ist beides drin. Disney Plus, RTL Plus Premium und über 50 HD-Sender. Laber doch rein. Einfach alles in einem Paket, oder was? Ja, Mann, die haben sogar eigene Originals und Exklusivtitel in ihrer Mediathek. Krass, Bruder, was kostet das denn? Und das alles für 10 Euro monatlich im Weihnachtsangebot. Für 12 Monate und danach wieder 15 Euro. Das hört sich krass an. Das Krasse an der ganzen Sache ist, es ist egal, bei welchem Internetanbieter ihr seid. Heftig. Und wie lange geht das Angebot noch? Bis Ende Januar 2022. Ja, und was gucken wir jetzt? Boah, lass uns einfach The Blacklist gucken, Mann. Ey, Jungs, stellt euch mal vor, wir wären selber in der Serie The Blacklist. Boah, Junis, träum man nicht so viel. Mach mal an jetzt. Dembe, hast du dich mal gefragt, wie Kriminelle, die einander nicht vertrauen können, trotzdem miteinander Geschäfte machen können? Sie ersetzen Vertrauen durch Angst, unter anderem von Gewalt. Raimann, wir müssen los. Hm, Papa Cristiano Ronaldo weint um dich, ne? Bei mir bist du besser aufgehoben. Das ist der Doppelgänger. Er klaut Identität von aller Promesse. Das lassen wir nicht zu. Wir sind die FBI. Halt, halt, halt. Harold Cooper hier? Scheiße, fuck! Aber was geht da vor sich? Kann ich dir genau sagen? Die Bulldoppel. Harold, was ist passiert? Informiert das ganze Gebiet. Keiner soll mehr Gassi gehen. So, listen. Wir haben hier eine sehr fucked up Situation. Das ist Jason Williams. Bekannt als die Bulldogger. He is very dangerous. Er klaut Hunde. Dogs. Wie kann man so herzlos sein? Er klaut Hunde from the ganzen Promise of the World. War er das etwa auch mit der Entführung von Cristiano Ronaldos Hund? Not only Christian Ronaldo. Er hat auch Hunde geklaut von Michael Jackson, Justin Bieber, Donald Trump and Snoop Dogg. Auch mein Hund. Fuck! Die Bulldogger. Das sieht nicht gut aus. Weißt du, Liz, ich wollte immer mal gerne einen Hund haben. Es hat aber leider nie geklappt. Ich habe jetzt keine Zeit, um mit dir zu diskutieren. Wir haben echt kein Interesse an den Bulldoggen. Woher weißt du, dass wir hinter der Bulldogger her sind? 18 Uhr in meiner Privatlounge. Dembe, sag dem Piloten, der soll umdrehen. Raymond Rennington, was wird von mir? Wie seid ihr überhaupt hier reingekommen? Hm, wie kommen wir denn hier rein, Dembe? Hast du eine Ahnung, wie wir einfach hier in einem Knast reinmarschieren können? Raymond Rennington ist der meistgesuchte Verbrecher der Welt. Das habe ich schon des Öfteren gehört. Und deswegen ist er der mächtigste Mann des Landes. Das stimmt. Das heißt, wir können ihn einfach umlegen, ohne dass das irgendeiner hier mitbekommt. Stimmt. Dann sieht das aus wie ein Selbstmord. Raymond, ist okay, ist okay. Ich habe es verstanden. Was wollt ihr von mir? Wo ist dein Boss? Welcher Boss? Na, die verdammte Bulldogger. Du bist deine rechte Hand. Okay, okay. Und was bekomme ich dafür? Das Leben in Klasse ist nicht das Beste. Immer diese Verhandlungen, Dembe. Du bekommst das Magenta TV Entertainment Paket. Verraschst du mich? Was soll ich mit dem Paket und dem Fernseher hier? Ach, echt? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Dembe. Raymond Renekon, jetzt verstehe ich die Gerüchte über dich. Bulldogger, Ort und Uhrzeit. Das gesamte Magenta TV Entertainment Paket mit Disney Plus, RTL Plus Premium und über 50 HD Sender. Ein Wort hat Gewicht. Ja, ja, okay, okay. Gib mal. Dembe, fahr mal zu 6th Avenue. Okay, Rund. Okay, Rund. Musik Liz, kennst du den Autor Rachel Field? Ne, kenn ich nicht. Äh, ich auch nicht. Aber unfassbar, dass man sein ganzes Leben in so einem kleinen Buch verfassen kann. Raymond, ich bin nicht wegen einem Buch hier, sondern wegen der Bulldogge. Ach ja, stimmt. Und ein guter Freund und Buchliebhaber hat tatsächlich Kontakt zu der Bulldogge. Dafür, dass ich ihm das Buch von Stephen King besorgte, verriet er mir, dass die Bulldogge morgen um 20 Uhr den Hund des bekanntesten Autors Cody McFrady stillen will. Perfekt. Wenn dein Tipp stimmt, wird das ein Riesenerfolg. Glenn Bay, sagst du dir den Koch, der soll mir einen Rib einmachen, wie immer? Okay, Raymond. Musik Oh, Lilly, 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 du weißt doch ganz genau, dass das nicht dein Zimmer ist. Mach Sitz. Na gut, dann geh ab. Musik Lillie, komm. Komm, Futter. Lillie, hapa, hapa. Komm. Lillie. Lillie. Lillie, wo bist du? Versteckst du, komm. Komm, Futter. Komm. Lillie. 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 Hundebote sind verhaftet! Gegen die Handschellen! Nicht bewegen! Keine falsche Bewegung! Verdammt, ihr Hunde! Alles gut, sie sind in Sicherheit! Harold, wir haben ihn gefasst! Raymond's tip war richtig! Endlich! Good news! Fahr sofort an die Tiere! Und freie sie alle! Cristiano Ronaldo Dreh Deutsch über seine Hände! So bitte, bring den Hände hier! Alles klar, wir sind schon unterwegs! Liz, wo ist Cristiano Ronaldos Hund? Verdammt! Raymond Reddington! Glaub mir, dein jetziger Besitzer ist viel krasser als Cristiano Ronaldo! Dembe, fährst du bitte zu Messi! Okay, Raymond!